Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schoki Banoki New Television. Mein Name ist Sanni vom Kanal EinfachSanni und ich unterstütze diesen Kanal mit Happy Lifehacks, Tipps und Tricks rund um den Alltag. Heute möchte ich dir eine ganz einfache und effektive Sparmethode zeigen, wie du am Jahresende eine stattliche Summe zusammen bekommst. Los geht es nach dem Intro. Ja, meine Lieben, wie ich es eben schon erwähnt habe, gibt es eine ganz einfache und effektive Sparmethode. Diese nennt sich die 52 Wochen Challenge und ist eigentlich recht einfach, denn du fängst nämlich an, die Beträge, die die Kalenderwoche zeigt, einfach zu sparen. Das heißt, in der KW1 legst du 1 Euro beiseite, in der KW2 2 Euro, in der KW3 3 Euro, und so weiter und so fort. So hast du am Jahresende 1.378 Euro gespart. Da mir diese Methode aber etwas, ja, zu ballastartig im Dezember rüberkam, habe ich diese quasi etwas abgewandelt. Denn wie wir wissen, ist im Dezember auch Weihnachten und Nikolaus und man hat da eh schon erhöhte Ausgaben aufgrund der Weihnachtsgeschenke. Und deshalb habe ich angefangen, diese Methode ein bisschen abzuwandeln. Ich habe nämlich in der ersten Woche 1 Euro, den ich mir beiseite lege. In der zweiten Woche rolle ich quasi das Pferd von hinten auf und packe dann 52 Euro in die Spardose. In KW3 sind es dann 2 Euro, in KW4 51 Euro, in KW5 3 Euro, in KW6 dann 50 Euro und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe letztendlich im Dezember nicht die geballte Ladung an den hohen Summen, sondern habe eben halt das gut verteilt. Zum Mitte des Jahres habe ich eben halt die mittleren Summen und das ist gar nicht so schwierig dann zu lösen. Wenn euch die Methode aber zu viel ist, dann könnt ihr sie natürlich auch abwandeln und sagen, okay, ich packe halt nur die Hälfte in die Spardose, was ja auch immer noch eine nette Summe für Weihnachten ist, um Weihnachtsgeschenke zu bezahlen. Lasst mich doch in den Kommentaren einfach mal wissen, ob ihr diese Challenge schon mal ausprobiert habt, wenn ja, wie eure Erfahrungen damit sind und wenn nicht, ob ihr mal Lust habt, diese auszuprobieren. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann, eure Sanni. Bis dann, eure Sanni. Bis dann, eure Sanni.